Hallo liebe Leute und willkommen zu einem neuen Video beim Simson Doktor. Heute geht es weiter mit unserem Scheunenfund bzw. mit unserem Garagenfund. Inzwischen ist viel passiert, der Motor ist gängig gemacht bzw. naja, gängig war er eigentlich. Der eigentliche Defekt war bloß ein defektes Schwungrad, bei dem die Magneten abgebrochen waren und deswegen wurde das Moped wohl die ganzen Jahre über stehen gelassen. Ein neues Schwungrad rein und schon ging das wieder. Der Motor selbst ist nämlich in sehr sehr gutem Zustand. Die Kurbelwelle hatte überhaupt kein Spiel und war richtig gut beieinander. Getriebe ebenfalls, es war zum Glück noch Öl drin, also einfach ein Ölwechsel gemacht und das war's. Wen wir nicht retten konnten, war allerdings der Zylinder. Der war leider festgerostet an einer Stelle und hatte dicke Riefen. Das heißt, hier haben wir einfach einen anderen eingebaut, der hier noch so rum lag. Genau, damit läuft das Moped jetzt eigentlich sehr gut. Zündung kurz eingestellt und rum, das Ding läuft. Und ihr seht, die Optik, die hat sich ein bisschen geändert. Mein Kollege hatte sehr viel Lust und Zeit, hier sich mal darum zu kümmern. Also die ganzen Rostschäden sind beseitigt. Der Auspuff ist schön poliert, genauso wie hier die Kotflügel vorne, hier die Scheinwerferverkleidung, den Lenker. Also ihr seht, diese ganzen Rostsachen, diese ganzen Flugrostsachen, muss man sagen, sind inzwischen alle weg. Auch die Felgen sehen wieder gut aus. Also das war alles nicht so wild. Auch hier der Rahmen glänzt wieder schön. Einzig die Stoßdämpfer, naja, die tauschen wir vielleicht noch komplett aus. Aber ansonsten ist das Ding wieder einigermaßen schick geworden. Also wenn man mal den Zustand vorher vergleicht, dann ist das jetzt schon deutlich besser. Laufen tut es sehr gut. Vergas gereinigt und damit hat das schon funktioniert. Einen neuen Tacho gibt es wahrscheinlich noch, denn hier ist die Nadel abgebrochen und noch ein paar Kleinigkeiten. Aber so grundsätzlich ist das Moped schon ganz gut beieinander. Eine Batterie haben wir reingetan, Elektrik funktioniert auch. Hier war ja schon der elektronische Blinkgeber verbaut und der funktioniert auch noch. Und die 2-Volt-Anlage ebenso. Also war eigentlich gar nicht so viel Arbeit wie gedacht, um dieses Moped hier wieder auf die Straße zu bringen. Und ja, also keine Angst vor Scheunen empfunden. Manchmal kann man auch Glück haben und es ist gar nicht so viel Arbeit wie in dem Fall hier. Das wollte ich euch nur gezeigt haben und wir sehen uns dann wieder beim nächsten Mal bei der nächsten Kuriosität. Schaltet wieder ein, lasst mir ein Abo da, dann werdet ihr benachrichtigt. Macht's gut und ciao, ciao.